Gerade so Betrugsdelikt ist jetzt angesagt oder Einbruch. Gabi Freyer schmeißt hier den Laden bei der Polizei in Sachen Prävention. Wir arbeiten seit vielen Jahren eng zusammen. Ich mache auch ein bisschen Prävention im kommunalen Präventionsrat. Und es ist immer gut, wenn man Nähe zur Polizei hat. Das sind auch Flyer und so. Informieren Sie sich. Alles toll.